Unsere Ozeane. Noch immer ein geheimnisvolles Universum. Wissenschaftler erkunden die unheimlichen Tiefen und machen erschreckende Entdeckungen. Jahrzehntelang haben wir die Ozeane nur als Rohstofflieferanten betrachtet. Wir haben sie ausgebeutet, verschmutzt, missachtet. Ich glaube nicht, dass wir aus Fehlern wirklich lernen. Ich glaube, dass immer nur die Generationen aus Fehlern lernen, die noch nah an der Generation ist, die sie gemacht haben. Aber sobald man weit genug weg ist, machen wir dieselben Fehler wieder. Die Gewalt der Hurricanes, das Schmelzen der Gletscher und das Ansteigen des Meeresspiegels bedrohen uns. Durch den Wandel des Klimas entfesseln die Ozeane ihre zerstörerische Macht. Und die Wasser nahmen überhand und wuchsen sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem Himmel bedeckt wurden. Die sündige Menschheit wurde fortgespült. Nur wenige überlebten die Katastrophe. Der Mythos von der Sintflut bekommt heute eine völlig neue Bedeutung. Hochsommer im Nordpolarmeer. Das deutsche Forschungsschiff Maria S. Merian erkundet die Gewässer rund um die Inselgruppe von Spitzbergen. Massive Gletscher bedecken das Archipel. Es ist kalt, aber das Meer ist völlig eisfrei. 80 Grad Nord. Weiter geht's in Richtung Pol. Noch vor 100 Jahren froren die Schiffe der Polarforscher hier im Packeis ein. Heute hat sich das Bild gewandelt. Weit und breit kein Eis. Das Satellitenbild zeigt das Ausmaß der Veränderung. Wir könnten fast bis zum Nordpol fahren, ohne auf Packeis zu stoßen. Inzwischen ist ja bekannt, dass unsere Welt sich schneller verändert, als uns lieb sein kann. Der Klimawandel, jahrelang umstritten, ist heute Wirklichkeit. Wie sich das in den nächsten Jahren auf unser aller Leben auswirken wird, ist bis jetzt noch Spekulation. Aber wenn man sich die Veränderungen genauer anschaut, die man heute schon deutlich beobachten kann, dann besteht absolut Grund zur Sorge. Vor einigen Jahren erschien bei uns in Deutschland ein Buch, das in einer fantastischen und sehr spannenden Weise erzählt, wie sich die Ozeane an den Menschen rächen. Für jahrzehntelange Misshandlungen. Verseuchung, Überfischung, Verschmutzung. Der Schwarm von Frank Schätzing ist ein Thriller geworden, der weltweit Rekordauflagen erzielt. Ein Buch, das nachdenklich macht. Kann das Meer wirklich zurückschlagen? Sind wir Menschen von den Veränderungen in den Ozeanen tatsächlich bedroht? Und wenn ja, was können wir tun, um diese Bedrohung abzuwenden? Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Der packende Bestseller von Frank Schätzing hat es bis nach Hollywood geschafft und erzielt weltweit Rekordauflagen. Die Fangemeinde des Autors wächst ständig. Woher kommt die Faszination für dieses Buch? In der fantastischen Geschichte des Romans kommt es auf den Ozeanen plötzlich zu unerklärlichen Katastrophen. Weltweit verlieren Fischer ihre Boote und ertrinken. In Kanada greifen wütende Wale die Boote von Touristen an und sorgen für eine Katastrophe. Hochgiftige Krebse erobern das Land und töten Menschen. Meeresforscher versuchen die Ursachen zu erkunden und verschwinden mitsamt ihren Schiffen. Schließlich kocht der Meeresgrund, ganze Gebirge geraten ins Rutschen, ein Tsunami bedroht weltweit die Küsten und dann beginnt der Golfstrom umzukippen. Verzweifelt versuchen internationale Forschungsteams, die Ursachen der Katastrophen zu ergründen. Was wäre eigentlich, wenn sich da unten eine Intelligenz entwickelt hätte, die uns ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen ist? Was würde das für unser Selbstbild bedeuten? Denn jede Religion sagt ja mehr oder weniger, dass wir die herrschende Rasse sind, dass dieser Planet für uns geschaffen wurde, dass wir also Ärger mit ihm rumfuhrwerken können, wie wir das gerne möchten. Und ich dachte, naja, stell dir mal vor, wir würden plötzlich der Tatsache gewahr, dass wir vielleicht gar nicht Gottes liebstes Kind sind. Da gibt es noch ein anderes, für das ist eigentlich dieses große Spielzimmer errichtet worden und wir sind eher der ungeliebte Bruder. Und dieses andere schlägt jetzt zurück. Es ist nicht nur Fiktion. Die Ozeane verändern sich. Die Wissenschaftler sehen das täglich. Die ganze Chemie der Meere gerät ins Wanken. Die Attacke auf den Golfstrom, wie der Roman sie beschreibt, ist nicht unrealistisch. Meereswissenschaftler Armin Form analysiert das Wasser hier am Nordatlantik. Sinkt der Salzgehalt, ist der Golfstrom tatsächlich bedroht. Von hier aus kommt der Golfstrom zu uns, die Karibik. Urlauber aus aller Welt wärmen sich hier mal so richtig auf. Rund ums Jahr scheint die Sonne vom Himmel, bei garantiert sommerlichen Temperaturen. Die Sonne bräunt nicht nur die Touristen. Sie sorgt auch für angenehme Wassertemperaturen von fast 30 Grad. Hier, nur knapp nördlich des Äquators, erhitzt sich das Meerwasser wie in einem Heizkessel. Und dann strömen diese warmen Wassermassen, gezogen von einer geheimnisvollen Kraft nach Norden. An der Küste Amerikas entlang und dann quer über den Atlantik bis nach Europa. Selbst auf den vereisten Inseln von Spitzbergen ist diese Wärme der Karibik noch spürbar. Wie eine große Zentralheizung verteilen die Meereströmungen die Wärme über den Planeten. Der Golfstrom bringt die Energie der Sonne aus der Karibik quer über den Atlantik bis nach Nordeuropa. Wir haben es zu verdanken, dass es hier am hohen Norden noch so milde Winter gibt. Ohne den Golfstrom hätten wir ein Klima wie in Sibirien oder in Kanada mit langen, kalten Wintern. Es ist fast so, als hätte jemand den Stöpsel aus der Wanne gezogen. Unablässig wird warmes Wasser aus der Karibik in den Nordatlantik gesaugt. Aber kann eine solche Meeresströmung, die seit Jahrtausenden stabil ist, so einfach zusammenbrechen, wie einige Leute behaupten? Diese Frage entscheidet sich hier im Nordatlantik. Das Wasser aus der Karibik ist abgekühlt und jetzt so schwer, dass es in die Tiefe sinkt und warmes Wasser aus der Karibik nachzieht. Aber dieser Motor des Golfstroms funktioniert eben nur mit schwerem, salzigem Wasser. Erst in 3000 Meter Tiefe fließt der Strom zurück nach Süden. 100 Mal so groß wie der Amazonas. Wenn der Golfstrom versiegt, käme es zu einer Eiszeit in Europa. Es wird keinen Weltuntergang geben. Was ist denn die Welt? Es gibt eine Welt in unserem Kopf. Es gibt unsere Welt, die menschgemachte Welt für Menschen. Da gibt es sicherlich immer wieder Untergänge. Klar. Und selbst da muss man sich vom Gedanken verabschieden, dass es diesen einen großen Weltuntergang gibt, den eben die Religionen auch so gerne propagieren. Aber letzten Endes, wir sind eine unter Millionen von Spezies im Verlauf der Erdgeschichte, die sich bis jetzt entwickelt haben. Und die Welt besteht doch nicht nur aus uns. Und selbst wenn wir verschwinden sollten, wird es die Welt trotzdem noch geben. Sie wird anders sein. Also Weltuntergang und Weltuntergangsstimmung, das ist mir so fremd, das kann ich nicht nachvollziehen. Für uns Mitteleuropäer ist die Frage dennoch wichtig. Schließlich müssten wir alle umziehen. Vielleicht nach Afrika? Aber kann das überhaupt passieren? Die Wissenschaftler auf der Maria Esmerian untersuchen einen Bohrkern aus dem Meeresboden. Im bordeigenen Labor werden die Schlammschichten genauer analysiert. Sie erzählen die Geschichte des Ozeans. Mit der Zunge prüft Geologe Dirk Hebbeln, ob Sand oder Ton im Bohrkern steckt. Ein Bohrkern aus dem Nordatlantik liefert erste Indizien dafür, dass der Golfstrom tatsächlich gefährdet sein könnte. Über Jahrtausende war es immer wärmer geworden. Aber dann, plötzlich, kühlte es rapide ab. In diesem Bohrkern ist die Geschichte des Klimas quasi eingefroren. Jede leichte Verfärbung steht für eine Änderung gegenüber der Zeit davor und danach. Und schaut man genau hin, dann finden die Wissenschaftler erstaunliche Einzelheiten über Klima und Meeresströmungen vergangener Jahrtausende. Diese Verfärbung hier zum Beispiel erzählt die Geschichte der größten Naturkatastrophe der letzten 10.000 Jahre. Die Forscher nennen es das 8K-Event. Das K steht für Kilo, also für 1.000. Es war ein dramatisches Ereignis, das vor 8 Kilo Jahren, also vor 8.000 Jahren stattfand. In Winnipeg ist Jim Teller dieser Katastrophe auf der Spur. Winnipeg, Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba. Mitten in Nordamerika, eine endlose Ebene voller Seen. Hier arbeitet Jim Teller. Ich bin Geologe. Mein Hauptarbeitsgebiet ist der jüngste Abschnitt der Erdgeschichte. Die Geschichte der Erdoberfläche und der Sedimente hier. Das hier ist alles erst in der Eiszeit entstanden und bei jüngeren Ereignissen danach. Gerade baut die Stadt einen Kanal. Der Untergrund der gesamten Baustelle besteht aus feinen Tonschichten. Kein Sand, kaum Steine. Für Jim Teller, der solche Baustellen liebt, gibt es dafür nur eine Erklärung. Diese flach abgelagerten Schichten sagen uns, dass hier ein See war. Und wir wissen, dass darauf Eisberge schwammen, die Steine herbrachten, wie diesen hier. Dies war also einmal der Boden eines Sees. Denn nur inmitten von großen stehenden Gewässern findet man solche feinen Schlammschichten. Der riesige Winnipegsee, 100 Kilometer nördlich der Baustelle, ist heute nur noch der winzige Rest eines ehemals viel größeren Gewässers. Als sich der große nordamerikanische Inlandsgletscher am Ende der letzten Eiszeit nach Norden zurückzog, staute sich an seiner Südseite das Schmelzwasser zu einem Süßwassersee auf, der schließlich doppelt so groß und viermal so tief war wie die Ostsee. Die Wissenschaftler nennen ihn den Agassesee. Der Ort Winnipeg liegt genau in diesem Gebiet. Die Dächer der höchsten Häuser hätten noch immer 60 Meter unter der Wasseroberfläche gelegen. Eisberge drifteten vor 8000 Jahren mit dem Wind von der Eiskante des Gletschers nach Süden. Und wo die Eisberge schließlich tauten, liegen heute Findlinge auf den Weinen rund um Winnipeg. Aber wo ist der riesige Agassesee geblieben? Vor der Eiskante des Inlandeises hatte sich ein gewaltiger See aus Schmelzwasser gebildet. Ständig stürzten Eisberge von der Bruchkante ab, ständig stieg der Wasserspiegel des Sees weiter an, weil immer neues Schmelzwasser von dem Eispanzer dazu strömte. Irgendwann musste es zur Katastrophe kommen. Diese Katastrophe kam, als das Inlandeis über dem nordamerikanischen Kontinent nachgab. An einem Sommertag vor 8000 Jahren war es soweit. Das Eis konnte dem gewaltigen Wasserdruck des Sees nicht mehr standhalten. Die letzte Barriere brach. 160.000 Kubikkilometer Wasser ergossen sich in den salzigen Nordatlantik. Das ist achtmal so viel, wie die gesamte Ostsee fasst. Das Süßwasser aus dem See verdünnte das Meer und stoppte so die Motoren des Golfstroms. Nur zwölf Monate dauerte es, bis der See ausgelaufen war. Damit begann die schlimmste Naturkatastrophe der letzten 10.000 Jahre. Die Eiszeit kam zurück. Aber der Eisdurchbruch an der Hudson Bay hatte noch weitere schwerwiegende Folgen. Die gewaltigen Wassermassen ließen den Meeresspiegel weltweit ansteigen. Um einen halben Meter in nur einem Jahr. Am flachen Nordende des Persischen Golfes drang das Wasser weit ins Hinterland vor. Für die Menschen im Zweistromland muss es wie eine Strafe der Götter gewirkt haben. War dies die Sintflut? Kann sich so etwas heute wiederholen? Wir werden in einer Natur leben, auch in Zukunft, die letzten Endes macht, was sie will. Und die auch schon mal gerne von einem Extrem ins andere fällt. Dafür ist sie Natur. Wir sind hier zu Gast. Ob der Golfstrom, unsere transatlantische Zentralheizung, in ein neues Extrem fällt, also einfach verschwindet, entscheidet sich hier in Grönland. Über tausende Flüsse fließt Süßwasser in den Atlantik. Eisberge schieben sich durch die Fjorde ins Meer und tauen dort ab. Mit dem derzeitigen Klimawandel verschwindet auch das Eis an Grönlands Küsten. Aber wie schnell wird das gehen? Reicht es aus, um den Golfstrom zu stören? Und wie verhält sich der mächtige Eispanzer im Hinterland? Ich bin von dieser Landschaft völlig überwältigt. Von der Größe, der Weite, der Klarheit der Luft und der langsamen Bewegung des Eises. Auch im Sommer ist der Fjord von Eis bedeckt. Über 100 Meter ragen die Giganten in die Höhe. Wir sind auf dem Weg zum größten Süßwasserreservoir der Nordhalbkugel. Bis zu drei Kilometer dick ist das Eis, das Grönland fast vollständig bedeckt. Wenn dieses Eis schmilzt, steigt der Meeresspiegel weltweit um sieben Meter. Und dieser Prozess hat bereits begonnen. Überall Schmelzwasser sehen auf dem Eis. Immer schneller taut es an den Rändern Grönlands. In den letzten zehn Jahren hat sich die Schmelzwassermenge verdreifacht. Ob und wie lange sich das Eis Grönlands dem Klimawandel noch entgegensetzen kann, ist die große Unbekannte. Die Eisränder weichen immer weiter auf. Die Gletscher rutschen mit Geschwindigkeiten von bis zu 40 Metern pro Tag ins Meer. Weltrekord. Ganz Grönland verändert sich. Niemand weiß das besser, als die Fischer von Elulesat. Fischfang ist eine der Haupteinnahmequellen Grönlands. Am Hafen sitzen die Männer zusammen und präparieren ihre Langleinen. Tausend Haken hat so eine Leine. Wir Fischer spüren die Veränderungen hier natürlich. Es regnet jetzt viel mehr und der Wind wechselt schneller als früher. Für den Heilboot ist das allerdings überhaupt kein Problem. Aber schon seit sechs Jahren ist das Meer im Winter nicht mehr zugefroren. Pavia Fisker fährt jeden Tag raus zum Isfjord. Das ist harte und gefährliche Arbeit in der Kälte. Aber für die Fischer hier in Grönland verändern sich die Dinge zum Positiven. Es wird wärmer und es kommen mehr Fische her. Der Ozean verändert sich hier scheinbar zum Wohle der Menschen. Seit das Meer nicht mehr zufriert, kann Pavia mit seinem Bruder jeden Tag rausfahren. Nur der Fjord macht Probleme. Unmengen Eisschollen strömen jeden Tag ins Meer. Wenn das leichte Plastikboot ein Leck bekommt, wird es schnell gefährlich. In dem kalten Wasser überlebt man nur wenige Minuten. Ziel ist die Langleine, die sie gestern Abend ausgelegt haben. Andere Fischer sind auch schon da, aber heute gibt es Probleme. Zwar hängt an jedem dritten Haken ein fetter schwarzer Heilbutt, aber die Leinen der Fischer haben sich verheddert. Die schnell tauernden Gletscher bringen reichlich Nährstoffe ins Meer. Da wachsen die Fische gut. Für die Fischer von Grönland hat der Klimawandel fast nur Vorteile. Das Thema Grönland ist wirklich schön, weil mir ist es auch bekannt, dass die Grönländer selber sagen, Gott sei Dank, endlich schmilzt dieses Schein Eis. Und das ist für uns doch viel besser. Es wird wärmer und wir können hier Kartoffeln pflanzen oder was weiß ich. Großartig. Und man muss ja auch mal wirklich in sich gehen und sagen, wenn wir hier gegen die Klimaerwärmung wettern oder gegen das Abschmelzen der Polkappen, haben wir denn dabei tatsächlich das Wohl der Menschen, die dort leben, im Auge? Oder haben wir einfach nur Angst, dass es hier bei uns im gemütlich warmen oder aber immer noch gemäßigt warmen Deutschland irgendwann zu heiß wird oder dass die Stürme kommen? Also interessiert uns denn tatsächlich, wie jeder auf diesem Planeten dem Problem zur Rande kommt? Oder interessiert uns nur dieser kleine westliche Winkel, in dem wir leben? Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das ganze Lamento doch im Grunde genommen nur darum, weil wir befürchten, in Zukunft nicht mehr so leben zu können wie jetzt. Grönlands Eis, so schön es ist, ist heute einer der großen Unbekannten in den Vorhersagen der Klimaforscher. Niemand weiß genau, wie es sich in Zukunft verhalten wird. Wenn dieses Eis durch Treibhausgase abschmelzen sollte, käme es auch in Deutschland zur Katastrophe. Erst 300 Jahre nach dem Auslaufen des Agassi-Sees war der Golfstrom wieder stabil. Aber das gefrorene Süßwasser Grönlands ist eine tickende Zeitbombe. Noch ist das kalte Wasser salzig genug, um mit die Tiefe zu sinken. Noch wird warmes Wasser aus der Karibik angesogen. Noch funktioniert der Motor unserer Zentralheizung. Erst in der Wärme des Golfstromes konnten sich in Europa überhaupt die modernen Staaten entwickeln. Der Klimawandel bedroht nun die europäische Zivilisation. Aber auch die Tropen leiden. Die Malediven gelten als Paradies auf Erden. Wer es noch sehen will, sollte sich beeilen. Korallen sind winzige Organismen, die die größten Bauwerke der Erde errichtet haben. Hier auf den Malediven stehe ich zum Beispiel auf einem gigantischen Turm, ungefähr 400 Meter Durchmesser und 1000 Meter über dem Meeresboden. Gebaut von Korallen und stabil wie Beton. Wenn der Meeresboden absinkt, wachsen die Korallen oben nach. Das gleiche passiert auch, wenn der Meeresspiegel ansteigt. Auch dann wachsen die Korallen oben nach. Problematisch wird es allerdings, wenn der Meeresspiegel schneller ansteigt, als die Korallen wachsen können. Dann sieht es für die Menschen hier übel aus. Dann heißt es Land unter. Und das genau passiert beim Klimawandel. Der Meeresspiegel steigt. Die Unwetter werden häufiger und heftiger. Immer größere Wellen zerstören die flachen Inseln. Schon müssen die Touristen mit hässlichen Wellenbrechern aus Korallenblöcken leben, die ständig verstärkt und erhöht werden müssen. Aber mit Küstenschutz kennt man sich hier nicht besonders gut aus. Und es fehlt auch an Baumaterial. Nach jedem Sturm klaffen wieder Löcher in den primitiven Schutzwellen. Aber der Meeresspiegel steigt nicht nur, wenn Eis taut. Wenn die Temperaturen steigen, werden natürlich auch die Ozeane wärmer. Jetzt muss man aber wissen, dass wenn man Wasser erwärmt, es sich ausdehnt. Und allein durch diese Ausdehnung wird der Meeresspiegel in den nächsten Jahrzehnten um einen halben Meter ansteigen. Aber selbst ein solch geringer Meeresspiegelanstieg hätte für die flachen Inseln katastrophale Folgen. Der ganze Staat ist bedroht. Der Präsident des Landes fürchtet, dass sein Volk in einigen Jahrzehnten ohne Land dasteht. Was morgen mit den Malediven geschieht, geschieht danach der ganzen Welt. Wir sind vielleicht die ersten Opfer des Meeresspiegelanstiegs. Aber damit ist ja nicht Schluss. Der ganze Planet wird leiden. Deshalb sollten wir jetzt handeln und nicht morgen. Die Vertreibung aus dem Paradies ist wohl nicht mehr zu vermeiden. Nach den Malediven versinken dann die Küsten der Kontinente im Meer. Warum lassen wir das zu? Wir sind ja nun mal letzten Endes Menschen und nicht Maschinen. Wir denken nicht in Statistiken. Wir denken nicht über das Schicksal von Milliarden Menschen nach, weil wir uns gar nicht Milliarden Menschen vorstellen können. Sondern im Grunde sind wir immer erst dann erschüttert, wenn sich der Nachbar, den wir persönlich kennen, in den Finger geschnitten hat. Die Frauen von Olmedo in Ecuador sind auch nicht unsere Nachbarn. Sie leiden schwer unter dem Vordringen des Meeres, aber niemanden scheint es zu kümmern. Bei Niedrigwasser gehen sie raus ins Watt, um Nahrung für sich und die Familien zu suchen. Die begehrten Muscheln sind nicht leicht zu finden. Der Weg führt durch die Reste alter Gebäude. Was ist hier geschehen? Das waren die Häuser der Senora Fedelina. Sie hatte hier ihre Kokosplantage. Aber dann kam das Meer und hat ihr alles Land genommen. Die Palmen sind gestorben, als das Wasser kam. Von hier aus ging man damals eine Dreiviertelstunde bis ans Meer. Aber man kann das Meer ja nicht stoppen. Ohne Bäume kommen die Wellen bis ins Dorf. Hier senkte sich die ganze Küste nach einem Erdbeben. In Olmedo kann man heute schon sehen, was in 50 Jahren weltweit an den Küsten passieren wird. Und eines wird deutlich, Beton reicht nicht aus, die Folgen des beschleunigten Klimawandels zu stoppen. Auch ohne unser Dazutun wird es eine nächste Eiszeit geben, wird es eine nächste Warmzeit geben, werden die Polkappen abschmelzen. Es ist nur idiotisch, wenn wir das beschleunigen. Und vor allen Dingen beschleunigen, indem wir um die Auswirkungen wissen. Denn dann werden wir irgendwann die holländischen Wassersportgebiete haben. Und auch Florida wird eher die Seenplatte sein. Und Miami wird so gerade noch rausgucken. Also das sind natürlich Effekte, die wir vermeiden sollten. Aber können wir das noch vermeiden? Die Hochwasserkatastrophe hier in Olmedo zeigt uns, was auch auf die Küsten Europas zukommen wird. Aber wo sollen die Menschen dann hin? Die Frauen machen sich wie eh und je Tag für Tag auf den Weg in das unüberschaubare Labyrinth der Mangroven-Sümpfe. Wer Hunger hat, nimmt auch Moskitos in Kauf. Mit dem Qualm ihrer Fackeln schützen sie sich wenigstens etwas. Auch hier, zwischen den Wurzeln der Mangroven, im tiefen Schlamm, gab es immer Muscheln. Die schmackhaften Concha Negra. Keine Muscheln. Wir wissen nicht, warum es keine Muscheln mehr gibt. Es reicht nicht mehr für uns und unsere Kinder. Was sollen wir machen? Ja, so ist das jetzt. Wir haben nicht mehr genug Muscheln für unsere Kinder. Das Hochwasser ist nur ein Problem. Das Dorf hungert. Die Frauen finden immer weniger Muscheln. Die Schrimpszüchter pumpen das Wasser aus den Flüssen. Das ist es, was wir sehen. Viele Arten verschwinden hier. Nur wenige hundert Meter weiter sind die Wälder verschwunden. Stattdessen Zuchteiche für Schrimps. Die Zucht von Delikatessen für die Reichen zerstört die Wälder, die den Armen Nahrung bringen könnten und vor Hochwasserschützen. Manche von Ihnen werden vielleicht sagen, ach, in hundert Jahren ist doch eh alles vorbei, was soll's. Aber das ist nur bedingt richtig. Was ist mit unseren Kindern? Sollen die vielleicht erleben müssen, wie ihre Kinder und Enkelkinder ertrinken oder verhungern? Am Strand von Olmedo ist ein junger Wal gestrandet. Geier kreisen über dem Dorf. Ein böses Omen für die Menschen in den Sümpfen. Die Ozeane verbinden die Kontinente miteinander. Olmedo in Ecuador und die Wissenschaftlerstadt Nü Orlesund auf Spitzbergen liegen beide am Meer. Die Folgen des Klimawandels treffen die Menschen in den Tropen also genauso wie hier in der Arktis. Jeden Tag um 13 Uhr geht der Physiker Rainer Fockenroth in die Ballonhalle, um die Forscher in aller Welt mit den aktuellen Daten von Luftfeuchte, Temperatur und Luftdruck zu versorgen. Die Werte, die der Ballon in den nächsten Stunden sendet, sind der Rohstoff für unsere Klimamodelle. Nirgends auf der Erde wird es so schnell wärmer wie in der Arktis. Der Fjord friert nicht mehr zu. Die Gletscher lassen eine Schotterlandschaft zurück. Das empfindliche Ökosystem verändert sich so schnell, dass viele Tiere auch im Sommer Hunger leiden, weil Nahrungsketten zusammenbrechen. Die drei Zehenmöwen hier am Fjord sind nur ein Beispiel. Ende Juli ist Brutzeit. Die Küken warten auf Futter, auf fetten Eisdorsch, den die Eltern im Meer fangen sollten. Die Wissenschaftler um den Franzosen Olivier Chastel sind besorgt. Die Jungvögel hungern. Das Lasso verletzt die Tiere nicht. Küken verhungern und die erwachsenen Möwen zeigen Mangelerscheinungen am Skelett und am Gefieder. Grund, sie fangen keinen Eisdorsch mehr. Ohne Eis gibt es keinen Eisdorsch. Aber in diesem Jahr war der Fjord nicht zugefroren. Deshalb waren die Dorsche weiter im Norden nicht erreichbar für die Vögel hier. Sie mussten sich andere und schlechtere Nahrungsquellen suchen. Die Möwen brauchen aber nahrhaften Eisdorsch. Er ist der Schlüssel für das ganze arktische Ökosystem. Die Temperaturen steigen, das Meer friert nicht mehr zu, der Eisdorsch verschwindet und mit ihm fast alle anderen Tiere am Kongsfjord. Die jungen Polarfüchse, die eigentlich gern Möwen fressen, suchen jetzt Nahrung in der Siedlung. Auch sie gehören zu den Verlierern des Klimawandels. Gewinnen wird hier nur eine Art, der Mensch. Die Rohstoffkonzerne können in einem Meer, das nicht mehr zufriert, entnach Öl und Gas bohren. Und ohne das störende Eis verkürzt sich auch die Schifffahrtsroute von Europa nach Asien um ein Drittel. Der größte Container-Terminal zwischen Hamburg und Tokio könnte hier in Spitzbergen entstehen. Natürlich freuen sich die Förderer der fossilen Energien, wenn das Eis abschmilzt, weil dann können sie da bohren gehen. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass ein Glück auf Zeit ist. Denn irgendwann sind auch diese Reserven erschöpft, also müssen wir uns um Alternativen bemühen. Grundsätzlich ist der Treibhauseffekt ein Phänomen, das uns mehr Probleme bereiten wird, als es uns Vorteile bringt. Was jetzt passiert, war lange absehbar. Die Ozeane rächen sich. Die Wissenschaft hat uns gewarnt. Es ist Zeit zu handeln. Die Frage, die wir uns einfach stellen müssen, ist, welche Erde wollen wir haben? Und ich glaube schon, dass, wenn wir jetzt die geeigneten Maßnahmen ergreifen, über längere Zeitraume hinweg das System sich wieder so verändern wird, dass es zu unserem Vorteil ist. Ich denke, das kann der Planet leisten. Aber dafür müssen wir in gewaltige Vorleistungen treten. Jahrzehntelang haben wir die Ozeane nur als Rohstofflieferanten betrachtet. Wir haben sie ausgebeutet, verschmutzt, missachtet. Die Meere reagieren jetzt auf diese Misshandlungen. Sie verändern sich. Das Gleichgewicht der Natur pendelt sich auf einem anderen, neuen Niveau ein. Das Leben auf unserer Erde ist dadurch nicht gefährdet. Aber möglicherweise werden diese Veränderungen so schnell vorangehen, dass für viele Milliarden Menschen nicht genug Zeit zur Anpassung bleibt. Es sind nicht Frank Schätzings blaue Leuchtwesen aus der Tiefe der Meere, die uns bedrohen. Es ist keine Schwarmintelligenz, die die Menschheit attackiert. Wir sind es selber, die wir unseren eigenen Lebensraum zerstören. Ein wenig Zeit zum Umdenken bleibt uns noch. Aber nicht mehr viel. Mit seinem Roman Der Schwarm hat Frank Schätzing vielen Menschen Angst gemacht. Unheimliche, blau leuchtende Wesen aus den Tiefen des Ozeans rächen sich für jahrzehntelange Misshandlungen. Fischer sterben in den Fluten. Touristen werden das Opfer unerklärlicher Angriffe von Walen. Giftige Krebse erobern das Land. Wissenschaftler versuchen die Ursachen zu erkunden, doch sie verschwinden mitsamt ihren Forschungsschiffen im Meer. Auch Tauchboote haben keine Chance gegen die Mächte aus der Tiefe der Ozeane. Die Menschheit scheint keinen Platz mehr auf dem Planeten zu haben. Tatsächlich muss man auch sagen, die Höherentwicklung von Spezies hat immer dann stattgefunden, wenn Katastrophen sie dazu gezwungen haben, sich weiterzuentwickeln. Die einen konnten sich weiterentwickeln, die anderen waren nicht in der Lage, das zu überleben, sich anzupassen. Also verschwanden sie wieder von der Bildfläche. Und wir werden sehen, ob die menschliche Rasse ein Übergangsmodell ist oder eben auch einfach nur eine Laune der Natur. Hochspezialisiert zwar, aber letzten Endes nicht zum langfristigen Überleben gedacht. Oder ob wir wirklich in Millionen von Jahren sagen können, wir sind das Erfolgsmodell. Die Ozeane verändern sich. Und zwar weltweit. Der Meeresspiegel steigt und das Wasser wird wärmer. Aber da die Ozeane so groß sind, geht das alles nur sehr, sehr langsam voran. Wir spüren es kaum. Nur wenn mal wieder ein Hurricane seine unbezwingbare Stärke zeigt oder ein Tsunami Hunderttausende den Tod reißt, dann blicken wir erschrocken auf und fragen, wann das eigentlich auch bei uns passieren. Aber wir wenden uns schnell wieder dem Alltag zu, bloß nicht so genau nachfragen. Frank Schätzing hat einen sehr spannenden Roman geschrieben, Der Schwarm. Er erzählt eine Geschichte, in der die Natur zurückschlägt gegen die täglichen Misshandlungen des Menschen. Die Ozeane wehren sich. Ob diese Geschichte realistisch ist, sei dahingestellt. Tatsache ist jedoch, dass die Meere sich verändern. Und zwar nicht nur an den Polen, sondern auch hier in den Tropen. Wenn wir einen kurzen, aufmerksamen Blick unter die Wasseroberfläche werfen, kann das jeder sehen. Weltweit sterben die Korallen, weil das Wasser wärmer und saurer wird. Nicht für die Ozeane, für uns ist das eine Katastrophe. Dem Ozean ist es ja wurscht, ob er alkalisch ist, wie viele Lebewesen in ihm leben. Der Natur ist es egal. Insofern muss man sagen, ich schätze die Zukunft der Ozeane sehr positiv ein, aus Sicht der Ozeane. Die haben sich im Laufe der Jahrmillionen immer mal wieder verändert und werden es in Zukunft auch tun. Was die Menschheit betrifft, was unser Leben mit den Ozeanen angeht, da ist es höchste Eisenbahn, dass wir was unternehmen. Denn wir werden die Folgen unseres Eingreifens nachhaltig zu spüren bekommen und so schnell lässt sich das auch nicht mehr zurückdrehen. Die Küste von Vancouver Island gehört wohl zu dem Schönsten, was die Erde hervorgebracht hat. In den uralten Regenwäldern ragen tausendjährige Zedern in den Himmel. Dies sind die Kathedralen der amerikanischen Westküstenindianer. John Martin gehört zum Volk der Nutschanult, der Ureinwohner, die diese Region seit mindestens 5000 Jahren besiedeln. Auf seinen ausgedehnten Bootstouren durchstreift er die Nebenarme des Cleckwood-Sauns, der Heimat seiner Urahnen. Land und Meer sind hier eine innige Umarmung eingegangen. Selbst die Schwarzbärenmutter lebt von den Früchten des Meeres. Sie zeigt ihren Jungen, wo sich die nahrhaften Krebse verstecken. Der Ozean hat unser Volk immer mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchten. Aber in den letzten Jahren hat sich das verändert. Naja, wie ihr da drüben sehen könnt, wird hier der Wald zerstört. Auf Vancouver Island gibt es heute nur noch ein Viertel des ursprünglichen Regenwaldes. So hat es hier Mitte der 90er Jahre ausgesehen. Ganze Gebirgszüge waren damals kahl geschlagen worden. Für Pappe und Papier. Wir nehmen von dem Land nur, was wir brauchen. Wenn man sich um das Land sorgt, sorgt das Land für dich. Die Natur kann unsere Bedürfnisse befriedigen, aber wir dürfen nicht gierig werden. Der Mensch ist gierig. Einmal, weil er ein Tier wie alle anderen auch ist. Und weil er überleben möchte. Weil er versucht, in den Besitz von Ressourcen zu kommen. Die sein Überleben sichern. Zum Zweiten versorgt er seine Familie. Auch das tut jedes Tier. Drittens versucht er, seinen Vorteil wahrzunehmen. Und da ist er dem Tier natürlich in fataler Weise überlegen. Die Gier des Menschen kennt keine Grenzen. Aus den tausendjährigen Zedern sind längst Telefonbücher geworden. Es wachsen zwar Bäume nach, aber keine artenreichen Wälder, sondern monotone Holzplantagen. Und noch immer werden Regenwälder abgeholzt. Die Welt schreit nach Papier. Und als wäre nichts geschehen, drehen draußen im Sund die Boote der Whale-Watcher ihre Runden. Die Touristen haben nur Augen für die Orcas und Buckelwale. Der Mensch neigt wohl dazu, nur das Schöne sehen zu wollen. Wale scheinen da eine große Anziehungskraft auszuüben. Auf der einen Seite gehen wir hin und rotten die Wale aus. Auf der anderen Seite beten wir sie ja fast schon an. Also irgendwo zwischen Sushi und Religionsersatz muss sich dieses arme Lebewesen ja nun tummeln. Und ich finde es wichtig, dass wir diesen unverstellten Blick auf die Natur wieder bekommen, in der wir erstmal unsere persönlichen Wertvorstellungen außen vor lassen und sagen, gut, so sind die Haie, so sind die Wale, so ist der Hering, so ist der Krake. In Schätzings Roman greifen die Wale an. Aber eigentlich sind sie doch eher friedlich. Manchmal kommen sie sehr dicht an die Boote heran. Und wenn das sehr kleine Boote sind, können die natürlich auch mal umkippen. Aber soweit ich weiß, gab es das hier erst zweimal. Die Touristen sehen nur die Wale. Für die Ureinwohner ist ihre Welt durch die Kahlschläge aus den Fugen geraten. Wir haben ein Sprichwort. Alles ist eins, alles ist verbunden. Für Joe Martin und die Nutschanult ist die Welt unteilbar. Alles ist eins. Eine Anschauung, die er mit allen amerikanischen Ureinwohnern teilt und die sich auch in der modernen Wissenschaft von komplexen Systemen mehr und mehr durchsetzt. Man kann nicht Teile eines Ganzen isolieren und verändern, ohne das Ganze zu verändern. Und das gilt für alles. Auch für so große Systeme wie die Ozeane. Wenn wir also durch Fischerei, Erwärmung, Verschmutzung in das System der Meere eingreifen, dann verändern wir sie. Alles ist eins. Alles ist insofern eins, weil alles voneinander abhängt. Man kann kein System auf der Erde oder im Universum von dem anderen isolieren. Man kann vielleicht noch hingehen und sagen, das, was im Inneren Spachzollöcher passiert, das sind eigene Systeme. Aber selbst die haben wiederum Wechselwirkungen mit dem Universum. Das heißt, man kann nichts rauslösen. Und insofern ist tatsächlich alles eins. Das hat nicht unbedingt was mit diesem gern propagierten Gedanken der großen Urmutter Erde zu tun, dieses bewussten Superorganismus. An den glaube ich persönlich nicht. Aber dass einfach alles einander beeinflussen, voneinander abhängig ist, das steht außer Frage. Das deutsche Forschungsschiff Sonne auf Mission im Südpazifik. Seit drei Wochen kreuzt es vor der Küste Neuseelands am australischen Kontinentalhang. Der Einsatzort ist sorgfältig gewählt. Unter dem Schiff fällt der Meeresboden steil in die Tiefsee ab. Die Wissenschaftler an Bord haben Geräte entwickelt, mit denen sie den Abhang tausend Meter unter dem Schiff erforschen wollen. Seit Frank Schätzing in seinem Bestseller auf die Gefahren aufmerksam machte, die von diesen Hängen ausgehen können, ist das öffentliche Interesse groß. Die Wissenschaftler vom Institut für Meeresforschung GEOMAR in Kiel sind einer Substanz auf der Spur, die den ganzen Hang wie Beton zusammenhält, Methanhydrat. In über 1000 Metern Tiefe finden sie die ersten Spuren. Gasblasen steigen auf. Peter Linke setzt das Gerät ab. Wieder quillt Gas aus dem Boden. Probenahme erfolgreich. Mit jedem der sechs Plexiglasrohre kommt ein Stück Meeresboden nach oben. Jetzt drängt die Zeit. Methanhydrat ist sehr flüchtig. Welches Geheimnis bergen die Proben aus der Tiefsee? Noch immer steigen Gasblasen auf. Für den Biologen Stefan Sommer ist die Sensation perfekt. Er findet einen bislang völlig unbekannten Wurm, der in dieser sonst so lebensfeindlichen Umgebung von Methan lebt. Fast wie in Frank Schätzings Roman. Es wird rund um die Uhr gearbeitet. In der Nacht holt das schwere Lot einen drei Meter langen Bohrkern aus dem Meeresboden nach oben. Damit können die Forscher tiefer in den Untergrund des Kontinentalhanges hineinschauen. Bei den Summen, die so eine Forschungsreise kostet, könnte man jedes Gramm dieses Schlamms mit Gold aufwiegen. Aber der hohe Einsatz könnte sich lohnen, denn Methanhydrat ist ein fossiler Energieträger. Nichts anderes als Erdgas. Endlich! Winzige weiße Eisstückchen, die an der Luft sofort verdunsten. Methanhydrat. Wie kommt das hierher? Wir brauchen zum Bilden von Methanhydrat natürlich das Methan als solches, Faulgas, was durch die Zersetzung von organischem Material entsteht. Durch Bakterien wird das abgebaut. Und wenn wir ausreichende Mengen von Methangas haben, die richtigen Druck- und Temperaturbedingungen, dann kann sich diese eisähnliche Substanz bilden. Am Boden der Weltmeere lagert so viel Energie, wie in allen bekannten Vorkommen an Kohle, Erdöl und Erdgas zusammen. Es ist schon ein fantastisches Zeugs, dieses Methanhydrat. Es dehnt sich innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde auf das 164-fache seines Volumens aus. Man könnte dieses Methan gut für die Energieproduktion nutzen, denn es ist ja nichts anderes als das Erdgas, das wir in unseren Heizungen verbrennen. Aber ist das wirklich sinnvoll? Natürlich ist es immer ein Eingreifen. Natürlich verändern wir die Umwelt damit, machen wir uns da nichts vor. Auf der anderen Seite sind wir aber auch eine Spezies, die ein Anrecht darauf hat, zu leben und zu überleben und wie jedes andere Lebewesen eben auch Ressourcen zu nutzen. Japan und Indien wollen Methanhydrat fördern. Das gefrorene Gas aus dem Meer könnte das Riesengeschäft der Zukunft werden. Auch deshalb wird heute viel Geld in die Erforschung dieser Substanz gesteckt. Aber die größte Angst bleibt, die steilen Hänge an den Rändern der Kontinente, die von dem Eis zusammengehalten werden, könnten abrutschen. Es ist ja nicht einfach, das da unten rauszulösen. Man muss es ja leicht erwärmen, man muss es in großen Trichtern sammeln, man muss es durch Pipelines nach oben führen. Und wenn da was schief geht, möchte ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass da nicht so eine Rutschung erfolgen könnte. Um die physikalischen und chemischen Vorgänge am Hang genauer zu verstehen, wird an Bord der Sonne erst einmal Grundlagenforschung betrieben. Wie hoch ist die Temperatur am Boden? Wie stabil ist der Hang? Beginnt das Methaneis schon aufzutauen, weil das Wasser dort unten wärmer wird, infolge des Klimawandels. Um diese Fragen zu klären und ein genaueres Bild vom Kontinentalhang zu bekommen, ist an Bord der Sonne ein ferngesteuerter Roboter mit Greifarm und Kamera. Er kann 2000 Meter tief tauchen. Peter Linke und die Wissenschaftler der Universität Ghent in Belgien wollen mit diesem Gerät den Lander filmen. Es dauert eine Dreiviertelstunde, bis der Roboter am Boden ist. In 1080 Metern Tiefe klärt sich das Bild und die Kamera überträgt Szenen aus einem unbekannten Universum. Techniker Dries Ohne steuert den Roboter. Zum ersten Mal klare Bilder vom schmelzenden Methanhydrat auf den Monitoren. Den Fischen scheint es nichts auszumachen. Dries sucht den Lander, der hier irgendwo stehen muss, und der orientiert sich an den GPS-Daten. Und da ist er. Es ist wie auf einem fremden Planeten. Eine einzigartige Lebenswelt, die sich von Methan ernährt. Aber hier in der Tiefe der Ozeane lauert eine gewaltige Gefahr. Auch für uns Menschen. Ich bin ein großer Mensch als Fan. Ich denke schon, dass wir exzeptionell sind, aber wir sind deswegen trotzdem Teil der Natur. Wir wechselwirken mit ihr, wie alles in der Natur miteinander wechselwirkt. Und da kommt eben auch mal eine große Welle und wäscht ein paar von uns weg. Das ist nun mal so. So eine Welle kam vor 7000 Jahren, als das Meer nach der Eiszeit wärmer wurde und das Methanhydrat vor der Küste Norwegens auftaute. Der Kontinentalhang wurde schließlich auf 290 Kilometer Länge instabil. Milliarden Tonnen Gestein und Schlamm stürzten in die Tiefsee. Die Schlamm- und Geröllmassen reichten fast bis Island. An der Oberfläche senkte sich das Wasser. Die Folge war ein gigantischer Tsunami, der die Küsten der Nordmeere überrollte. Solch eine Katastrophe kann sich jederzeit wiederholen. Die Fischer kennen die Macht der Ozeane und fürchten sie. Balsar-Floße haben in Peru eine uralte Tradition. Aber das Meer hier vor der Küste Südamerikas hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Etwas seltsam heute. Wir kommen immer hierher, aber die großen Boote waren schon da. Ja. Wenig Fisch heute. 100 Millionen Menschen leben weltweit vom Fischfang an den Küsten. 100 Millionen Menschen, deren tägliches Überleben davon abhängt, ob ein Fisch an die Angel geht oder nicht. Was die Menschen hier sorgt, ist die warme Strömung. Sie nennen sie El Niño. Normalerweise treibt der ständige Ostwind das warme Meerwasser fort von der Küste Südamerikas. Aus der Tiefe steigt dann kaltes und nährstoffreiches Wasser auf. Zusammen mit dem Licht der Sonne wachsen hier jährlich 25 Millionen Tonnen Fisch heran. Aber wenn der Ostwind nachlässt, schwappt das Warmwasser zurück. Das ist El Niño. Gerade ist es wieder so weit. Das warme Wasser ist da, die Fische werden knapp. Rostow kennt das und er fürchtet es auch, denn es kann Hunger bedeuten. Fremde Fische hängen plötzlich am Haken. Der Fisch hier ist aus dem kalten Wasser und der hier ist aus warmem Wasser. Genauso wie der hier, der ist auch aus kaltem Wasser. Vor fünf Jahren gab es noch mehr Fisch. Das hat mit dem Klima zu tun. Wenn das Wasser nicht fließt, gibt es keinen Fisch. Durch den Klimawandel schwankt El Niño stärker und das macht den Fang unsicher. Aber Juan, der Fischhändler, kennt noch einen anderen Grund für die schlechten Fänge. Die Menschen sind selber schuld an dem, was auf dem Meer passiert. Die großen Boote verändern den ganzen Küstenbereich. Die Industriefischerei fängt an, innerhalb der Fünf-Meilen-Zone zu fischen. Das darf nicht sein. Auch Rostow könnte sofort auf einem dieser großen Boote anfangen. Aber er zieht sein Leben als freier Mann hier am Strand vor. Ihm reichen sein kleines Floß und zehn Kilogramm Fisch am Tag. Nur so bleibt er unabhängig. Auf den großen Booten muss man alles durch Fünft teilen. Das Darlehen für das Boot und das Benzin. Und das, was über ist, müssen sich dann drei Leute teilen. Noch größer, noch schneller, noch effektiver, Rostow will sich diesem Zwang zum Wachstum nicht beugen. Er ist stolz darauf, mit seiner Kraft und seinem Balsafloß die ganze Familie ernähren zu können. 10 Kilogramm Fisch täglich. Das reicht für das Leben seiner siebenköpfigen Familie. Die älteste Tochter studiert sogar in der Stadt. Kostos größte Freude sind seine kleinen Söhne, Zwillinge. Die beiden sollen einmal stolze und freie Fischer werden. Wenn es dann überhaupt noch Fisch gibt. Ein Fünftel des weltweiten Fischfangs wird an der Westküste Südamerikas angelandet. Nirgendwo ist das Meer so fruchtbar wie hier. Aber der Klimawandel und die gnadenlose Überfischung können das alles sehr schnell ändern. Fisch ist für 100 Millionen Menschen das Grundnahrungsmittel. Aber die Bestände sind weltweit bedroht. Wir haben die Meere ganz klar überfordert und wir tun es noch. Wir haben sie überfordert durch die Industrialisierung des Fischfangs. Damit geht's los. Das heißt, wir haben viel zu viel rausgeholt und dies vor allem wieder besseres Wissen getan. Es gibt einen Teufelskreis. Und dieser Teufelskreis sagt, du weißt zwar, dass, sagen wir mal, der Kabel ja vom Aussterben bedroht ist, aber wir können die letzten Reserven nicht schützen, denn sonst verlieren die Fischer ihr Brot. Also fahren die Fischer raus, verdienen ihr Brot noch ein bisschen länger, holen den letzten Kabel ja raus und dann sind sie arbeitslos, dann aber wirklich nachhaltig. Und zum immer schneller werdenden Raubbau an den Ressourcen unseres Planeten kommt dann auch noch der Klimawandel. Was ist, wenn die Rohstoffe knapp werden? Was ist, wenn die Landwirtschaft nicht genügend Lebensmittel produzieren kann? Weil es zu viel oder zu wenig regnet? Weil das Klima sich so schnell verändert, dass die Bauern keine Zeit haben, sich anzupassen? Was ist, wenn Millionen Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Und Zufluchtsuchen in Gebieten, die vielleicht noch halbwegs im Takt sind? Wie Menschen reagieren, wenn es ums nackte Überleben geht, können wir hundertfach in Geschichtsbüchern nachlesen. Es kommt zu Gewalt, Rohheit, Krieg, Völkermord, Diktatur, Chaos, Anarchie. So sieht unsere Zukunft aus, wenn nichts passiert. Warum tun wir uns so schwer, die Probleme, die wir gemeinsam verursacht haben, auch gemeinsam zu lösen? Die Zusammenhänge in den Ozeanen sind sehr komplex. Nicht nur die Überfischung bedroht die Fischbestände, der gesamte Lebensraum verändert sich. Fisch wird zum Luxusgut. Die Fischer hier in Male machen noch recht gute Fänge und sie erzielen auch ganz gute Preise. Das liegt an den vielen Touristen, die hierher kommen. Aber was wird sein, wenn in absehbarer Zeit die Korallen verschwunden sind? Dann sind auch die Fischbestände bedroht. Mangrovensümpfe und Korallenriffe haben eine äußerst wichtige Funktion im Meer. Sie sind die Kinderstube der Meeresbewohner. Im Schutz der Korallen und Anemonen sind die jungen Fische sicher vor Feinden. Die ungeheure Vielfalt der Riffe ist noch lange nicht erforscht. Wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, gerät alles aus den Fugen. Korallenkrankheiten sind eine direkte Folge des Klimawandels. Wird das Wasser zu warm, bleibt von der bunten Vielfalt nur eine Trümmerlandschaft aus Kalkskeletten. Hier findet kein Fisch Zuflucht. Es sieht ja fast so aus, als wären wir Menschen nicht in der Lage, einen gemeinsamen Konsens zu finden, um den Klimawandel zu stoppen. Oder zumindest abzumildern. Wir sind zwar in der Lage, in 30 Stunden um den Globus zu fliegen, aber wir kümmern uns herzlich wenig um das Leiden der Menschen, über die wir hinwegfliegen. Das konkrete Handeln, das jetzt so wichtig wäre, überlassen wir gerne den Politikern, die wahrscheinlich noch in Jahrzehnten nach irgendwelchen Kompromissen suchen werden. Oder wir überlassen es den großen Konzernen, die ihre RAF-Gier nicht unter Kontrolle bringen. Ich möchte jedenfalls nicht, dass mich meine Kinder eines Tages fragen, warum ich das alles zugelassen habe. Warum ich mich nicht entschiedener für den Schutz der Umwelt eingesetzt habe, für den Schutz der Atmosphäre und den Schutz der Ozean. Vor der Ostküste Australiens erforschen Guillermo Diaspolido und Alicia Crawley die Auswirkungen des Klimawandels auf das größte Korallenriff der Erde. Regelmäßig tauchen die beiden Wissenschaftler von der University of Queensland hinab zu ihren Riffen, um zu sehen, wie sie sich verändern. Seit Jahren nehmen die klimabedingten Schäden zu. Vor allem die Korallenbleiche, die immer ein Zeichen von zu hohen Wassertemperaturen ist. Der Ozean ist viel zu warm. Korallen haben hier keine Zukunft. Und das Wasser ist manchmal so trübe, dass der Grund kaum noch zu sehen ist. Auf den abgestorbenen Korallen wachsen Braunalgen in dicken Teppichen. Man erkennt kaum noch, dass darunter mal Korallen waren. Alken sind zur Zeit die großen Gewinner des Klimawandels. Wie sich die Meere verändern, das wissen wir oft gar nicht. Und leider stellt sich heute heraus, dass sich völlig neue Zustände einstellen können, die sich von den Alken grundlegend unterscheiden. Selbst wenn wir heute mit der Fischerei aufhören würden, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass sich die überfischten Bestände erholen. Es kann sich eben auch ein völlig neues Gleichgewicht einstellen, in dem vielleicht die Algen und Quallen die vorherrschenden Arten sind. Wir haben uns in Zukunft also von Algen und Quallen ernähren müssen. Ich glaube nicht, dass wir aus Fehlern wirklich lernen. Ich glaube, dass immer nur die Generationen aus Fehlern lernen, die noch nah an der Generation ist, die sie gemacht haben. Aber sobald man weit genug weg ist, machen wir dieselben Fehler wieder. Wir haben nun mal einfach kein Rassengedächtnis, kein Langzeitgedächtnis. Wir sind dazu verdammt, immer wieder den gleichen Mist zu bauen. Laufen wir also sehend in eine Katastrophe? Winter im Oslofjord. Das deutsche Forschungsschiff Alcor ist unterwegs, um die kalten Tiefen der Fjorde zu erforschen. Mit dabei ist das Tauchboot Iago, das weit in die dunklen Abgründe vordringen kann. Bis zu 400 Meter tief kann Iago tauchen. Langsam werden die Schwimmtanks geflutet. Okay, Jürgen, ihr seid jetzt ungefähr, ja, ich würde sagen, 80 Meter südwestlich von der Position 1153. Alles in Ordnung, Tiefe 25 Meter, wir gehen nach unten. Kein Tageslicht dringt in diese Tiefe. Karin Hismann leitet das Tauchboot vom Schiff aus. Wir sind gelandet, Tiefe 135 Meter. Starke Strömung, starke Strömung. Feiner Schlamm wirbelt auf. Langsam geht es gegen die Strömung voran. Plötzlich ändert sich das Bild. Vor uns tauchen helle Gebilde aus der Dunkelheit auf. Als wir näher kommen, erkennen wir ein Riff. Korallen? Hier im Norden? In dieser Kälte? In dieser Dunkelheit? Es ist fantastisch. Weiße Korallen. Und sie leben. Kaltwasserkorallen brauchen kein Licht. Korallen, Anemonen, Krebse, Fische und Schwämme bilden in den Abgründen der kalten Ozeane artenreiche Riffe. Jürgen Schauer nimmt mit dem Greifarm eine Probe. Nach zwei Stunden geht es wieder nach oben. Die Wissenschaftler vom Institut für Meereswissenschaften GEOMAR in Kiel erforschen hier die Chemie der Ozeane. Das Wasser der Meere wird immer saurer. Das kennen wir alle. Kohlensäure im Mineralwasser. Wenn wir die Flasche öffnen, sprudeln Blasen hoch. Das ist Kohlendioxid. Das gleiche, was wir in der Atmosphäre pusten, wenn wir Auto fahren oder wenn wir heizen. Aber das funktioniert auch umgekehrt. Kohlendioxid kann sich im Wasser lösen und dann wird das Wasser sauer. Das ist die Kohlensäure. Und genau das passiert in den Ozeanen. Kohlendioxid aus der Luft löst sich im Wasser und die Meere werden sauer. Für Organismen aus Kalk hat die Versauerung des Meereswassers fatale Folgen. Kalk und Säure, das geht nicht zusammen. Ulf Riebesel sorgt sich um die Korallen und um die Nahrungsketten in den Ozeanen. Wir wissen, dass viele kalkbildende Organismen die Basis der Nahrungskette darstellen. Plankenorganismen, die Kalkschalen bilden, Schwierigkeiten bekommen durch die Ozeanversauerung und möglicherweise aus dem System herausfallen, sodass dann quasi die Basis der Nahrungskette teilweise wegbricht. Und es lässt sich leicht vorstellen, dass damit auch die darauf folgenden tropischen Stufen unmittelbar betroffen sind. Für Lebewesen, die Kalkskelette bilden, hat die Versauerung verheerende Folgen. Von solchen Planktonorganismen ernährt sich sozusagen der ganze Ozean. Und manche bilden wunderschöne Skelette. Saures Wasser aber löst diese Skelette auf. Osteoporose, Knochenschwund im Meer. Auch hier auf den Malediven macht sich die Versauerung der Ozeane bereits bemerkbar. Was da passiert, ist ganz einfach zu verstehen. Wir kennen das alle, wenn wir unseren Heißwasserkocher reinigen wollen. Was machen wir? Wir schütten etwas Essigsäure hinein. Der Kalk löst sich auf. Der Topf ist wieder blitzblank. Und etwas Ähnliches passiert auch hier mit den Korallen. Sie lösen sich auf. Also wird dieser ganze Turm der Malediven irgendwann total brüchig sein. Die Ozeane schlagen auf ihre eigene, oft unerwartete Art zurück. Sie werden immer wärmer, immer saurer. Und die steigenden Fluten verschlingen unsere Küsten. Frank Schitzings blaue Fabelwesen sind dazu gar nicht notwendig. Und die Rache der Ozeane macht an den Ufern der Kontinente nicht Halt. Das Dramatische heute ist ja nun, dass der Klimawandel in einem Tempo voranschreitet, für das es in der Erdgeschichte kein Beispiel gibt. Es wird so schnell wärmer wie nie zuvor. So schnell, dass schon in der Mitte unseres Jahrhunderts, also in 30, 40 Jahren, wichtige Teile des maritimen Ökosystems ausfallen können. Ganze Nahrungsketten verschwinden. Komplette Lebensräume in den Ozeanen unwiederbringlich zerstört sind. Es gibt keine Alternative zu sofortigem Handeln. Und zwar in allen Lebensbereichen. Vielleicht müssen wir erst wieder lernen, unsere Erde und die Natur mit mehr Respekt, mit mehr Mitgefühl und mit einem offenen Herzen zu betrachten. Ich fürchte und ich bin, weiß Gott, ein Optimist. Dennoch fürchte ich, dass die Menschheit immer erst das Schlimmste hindurch muss, um zu begreifen, wie es passieren kann und wie man es in Zukunft vermeidet. Also Vermeidungsstrategie funktioniert einfach nicht. Wir müssen, zu deutsch gesagt, auf die Schnauze fallen. Wir müssen, zu deutsch sagen, auf die Schnauze fallen. Beibiidungsstrategie Mt. Er Unidosstrategie Vielen Dank.